Die neue Stolp Starlet von Graupner ist nicht nur aufgrund ihrer ganz besonderen Flächengeometrie und ihrer klassischen Rumpfform ein ganz besonderes Modell. Der hochwertige AAF-Holzbausatz wird vom Hersteller mit fertig bespannten Tragflächen geliefert und verspricht somit einen schnellen Aufbau innerhalb von nur wenigen Stunden. Mit 2400 Millimetern Spannweite gehört die Stolp Starlet bereits zur Kategorie Großmodell und kann betrieben werden sowohl als Verbrenner wie auch mit einem kraftvollen Brushless-Antriebsset. Graupner bietet dazu jeweils das passende Zubehör optional an. In unserem Test haben wir uns für den Aufbau der Stolp Starlet als E-Version entschieden. Mit einem 10S-Lipo-Akku und 5500 mA Kapazität sind etwa 10 Minuten Flugzeit möglich. Das Modellflugzeug lässt sich leicht fliegen, die Anforderungen an den Piloten sind eher gering. Die Stolp Starlet lässt sich beinahe wie ein Einsteigermodell steuern. Sie macht aber auch im einfachen Kunstflug eine Klassefigur. Einen ausführlichen Bericht über dieses besondere Modell und seine Flugeigenschaften, kannst du ab sofort lesen auf rc-modellscout.de.